Der aktualistische Minister Schrader der kreisartischen Marine ist der Anstrich. Da ist der Wobo, der wir aufmachen, hinkt möglicherweise damit zusammen eine Symbole auf die großen Abschiede. Das ist ja ein Wobo, der wir auf die großen Abschiede haben, das ist ja ein Wobo, der wir auf die großen Abschiede haben. Das ist ja schon zustande gekommen, um den Besatzungen auch nicht die Belastung, die diese komischen Temperaturen zustande gekommen ist, so klein wenig entdeckend zu machen. Betrieben wurden diese Olympia oder auch die reichen Schiffstüten eine Luftmaschine, eine Feuerwehr und eine Kohle. Auch hier ist eine Luftmaschine drin. Auf uns liegen jetzt da. Auf Wiedersehen. Es gibt nur noch einige Blume da. Und ein Foto, das ist auch gerade, ein schwarz-weiß war, und das ist ja scheißmeral, also, die befinden wir dafür auch noch mit den Kliegerschönen. Die Fahrtgebung war ihm oder ist international bekannt und so mit kurzer Zeit und so wird auch diese Fahrtgebung verbrassen. Für ihn noch sagen wir den Problematisch war ein gesamter Rücksausrüstung. Die Fahrtgebung war die entsprechende Position, die Gästenschauber, die Antwort war einfach nur. Da gibt es ganz lange Fotografie. Und er wusste nicht, dass das Nachprogramm in einer Form zusammenfassen und im Original mehr nachzufinden. Weil er hat keine technischen Aufzeichnungen gemacht. Es ist immer schwierig, ein Original in der Form nachzubauen. Aber ich denke, unsere Modellmauer hier mit ihrem Modell, das ist uns sehr gut gelobt, das darzustellen, was beim Original ebenfalls vorhanden war. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie für diesen Bereich, für Zeitprogramm 17.20, diesen Bereich bitte über die Zeit, nochmal einmal genießen, wie wir den Abblick vor euch das letzte Jahr für heute. Morgen sehen wir uns noch mal wieder. Aber ich würde mir wünschen, dass Sie morgen noch wahr sind. Ich werde mich erstmal verabschieden zum E-Woll-Schleppe das Segel überlassen. Und mich dann noch einmal mit der Vorführung der Schlepper hier bei Genizibel bedanke mich. Und sage erstmal Tschüss und bis bald. So, jetzt geht's mir los. Ja, liebe Modellbauer, liebe Eltern, liebe Kinder.